Und sie haben auch 15 Minuten, um unsere Freunde zu verlassen. Frei our friends! 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 Wir sind nicht alle, SPR die Gefangenen! Wenn die Polizei nicht getfolgt hat, um sofort den Gehweg zu benutzen, erklärt die Polizei die Versammlung hiermit für aufgelöst. Wir fordern sich hiermit auf, die Gehweg zu benutzen, sich auf den Gehweg zu begeben. Das war die erste Durchsage. Sollten Sie dieser Durchsagen nicht in Folge leisten, wird die Polizei diese Maßnahmen auch mit Zwang durchsetzen. Das heißt, dann kommen Sie wieder in der gleichpolizeilichen Maßnahme. Wir geben dann weiter, um die Gehweg zu bringen. Wir wollen die Umkehr, die Anzeige anzuleisten, freiwillig der Arbeit der Polizei und begeben sich auf den Gehweg. Das heißt, Sie haben einen Presseausweis dabei. Bleiben wir weg! Überall! Bleiben wir weg! Bleiben wir weg! Bleiben wir weg! Überall! So, und auch Sie, es sei denn, Sie haben einen Presseausweis dabei. Ich habe einen Presseausweis dabei. Aber unsere Maßnahmen können Sie nicht schützen. Aber Sie behaupten, unsere Maßnahmen, also nehmen Sie ein bisschen Abstand. Bleiben wir weg! Bleiben wir weg! Haben Sie einen Ausweis dazu? Haben Sie einen Ausweis dazu? Ja, dann zeigen Sie den. Das kann nicht durch Ausschweiß. Das Ausweis ist nur möglich mit einem Emilia-Personalausschweiß. Ja, was jetzt? Deswegen habe ich zu Hause. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ach, ärgerlich. Denn bitte lassen Sie uns kommen. Dann gehen wir weg! Ha, ärgerlich. Hörbir! 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 Hörb! Hörb! Seitensichtlich wieder stärken, befolgen Sie die polizeilichen Maßnahmen. Sie haben immer noch die Möglichkeit, bei der sie nicht oft zu stehen und sich auf die Geweg zurückgeben. Wieder erhält es recht nicht und befolgen Sie die polizeilichen Maßnahmen. Sie können ja Fotos machen. Ja, schön, aber ein Stück weiter. So, lassen Sie keinen Widerstand? Was kommt denn zu weiteren Freiheitsentziehungen? Ich habe Ihnen die polizeilischen Maßnahmen erklärt. So, lassen Sie aufnehmen. Okay, bitte. Hey, du kommst mal hier noch eine. Hey! 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 Hey, das ist doch Züge, oder? Hey, du hast doch Züge. Wir müssen noch ein bisschen weggehen, ja, danke. Free our friends! 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 For shit! For shit! Scheiße, for shit! My dad will come to hell. Yeah! Johnson! Hey, hey, hey! Hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hallo, wir warten jetzt. Hallo, wir warten jetzt. Hallo, wir warten jetzt. Wir warten jetzt. Wir warten. Ich hab' die auch noch mit uns festgestanden, die Leute nur nach Fahrrädern, die Fahrbahn zu rollen. Haben Sie die Aufforderung fest? Nein, halt, die auch. Was ist das? 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 Ich hab' das eine Arbeit schon! Ich hab' das eine Arbeit schon! Schleim an den Hitler schleimen! Schleim an den Hitler schleim an! FRIE OUR FRIENDS! FRIE OUR FRIENDS! FRIE OUR FRIENDS! FRIE OUR FRIENDS! HEDS CAUSE! HITS CAUSE! HITS CAUSE! HITS CAUSE! Hey!!! Wir weiterh FÖREDE! Der Herr, wir hatten Ihre Chance gehabt. Ganz normal, nicht so, nicht so. Ganz normal. Schön, also was auch bringen. Das hat sich ausgetaucht. Ganz normal. Ja, das ist auch schön. Ich verstehe das nie, aber das ist nicht. Ja, warte. Zwie ist bei dir? Ja, warte. Ja, warte. Lass mal, lass mal. Das wird die Mama holt. Was fangt die Leute nicht an? Hör uns, komm! Ja der ist weg! Die noch kommt! Entschuldet nicht! Er hat den Mord hier! Schau! 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 Was ist los, Mann? Hey! Schau! 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 Drück hier rein. Das ist normal.